Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Okidoki. Weiter geht's. Also, ähm, ja, was machen wir hier? Wir machen, wir warten. Oh, wow. Slack doch, wusste ich gar nicht. Ich renne da gerade im Hintergrund, das tut mir leid. Aber ich dachte, dass das winzige Spielchen, äh, das aushalten könnte. Aber dann scrollen wir einfach nicht durch die Gegend, sondern warten hier. Und, äh, dann sollte das gehen. Ha, ha. Mal raussuchen. Ich hab das in Black ungefähr. Ja, 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 nein, ah, ja. War's schon. Prost, Freunde. Warte. Ach, die Katze wieder. Wenn sie sich nicht wieder von einem, von einer Ratte zerfleischen lässt. Idiot. Okidoki. Warum ist Ian eigentlich immer noch krank? Was ist mit ihm? Wird er jemals wieder gesund werden? Hm. Tja. Ich weiß auch nicht. Ach so, Parker eines. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Toten. Warum? Gut. Ja. Was? Ian! Ach so, weil ich dich gerade ausgezogen habe. Entschuldigung. Kümmert sich gerade wer? Danke. Huiiii, okay. So, da wird fleißig gebaut. Gamble wird sich wieder einbauen. Ich seh's kommen. Dann wird's aber langsam mal Zeit für, äh, die würden Solarpaneele stehen. Eigentlich echt kacke. Kann ich die umstellen? Nein, kann ich nicht. Ich weiß. Haha. Weil die nämlich eigentlich voll im Weg stehen. Hm? Jaja. Oder ich baue die Tür wieder weg und tue dafür da ne Tür hin. Das kann ich natürlich auch machen. Ja, 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 ja. Ich bräuchte eventuell... Das hat doch immer keiner das blöde Bett gebaut. Ich glaube hier, oder? Tatsache. Lol. Wir haben jetzt noch ein Eichhörnchen und ein Bumalup. Können die Bumalupe jetzt eigentlich was tragen? Äh, lösen? Ne. Hier. Transport. Der Fuchs kann transportieren. Ganz toll. Mhm. Nun gut. Uh. Ach. Na toll. Eine verdammte Sonnenerutition. Ich hasse sie. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, wie lange die anhalten soll. Oh Gott, hab ich nicht so lange. Ja, ja, ja. Ich möchte noch ein paar Fockeln hier rumstehen, hä? Okay, gut. Das ging ja. Hier muss wieder ordentlich runtergekühlt werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, können wir jetzt mal hier fertig bauen und endlich fertig abreißen? Ja, da wird endlich abgerissen. Gut. Endlich. Wenn ihr ihn nämlich abreißen würdet, könnt ihr ja endlich das Zeug weiterverwenden für andere Sachen, Mann. Gibt's auch gar nicht. So, dann müssen wir hier noch ein Stückchen bauen eigentlich. Strukturen, Wand. Zack. Dann wird das auch alles abgerissen. Und das auch abreißen. Ja. Ach ja. Die Tür nicht vergessen, ich hält. Einmal hier. Ähm. Ja. Und dann kommt da wieder eine Wand hin. Aber Holz? Ja doch, Holz. So, und sieht das kacke aus. Und genau hier oben. Aber auch lieber eine Mammowand. Bis hier? Ja doch, bis da. Okay, gut, 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 gut. Das ist doch, das ist doch fein, die fein. Hä? Hä? Okay. Welche Kolonie? Ach, die richtige, krass. Okay, aber sie ist auf der Durchreise. Das heißt, sie hat nichts zu verkaufen. Sieht nichts aus. Okay. 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 Ein Tozer war schwer. Führt sie was im Schilde? Ich hoffe nicht. Gut, gut, gut. Okay. Bist du ein weiblicher Toter? Ne, männlich. Okay. Ähm. Gut. Hab da gut gemacht. Gamble. Warum baut er hier nur dieses blöde Bett? Wo denn? Oh, nice. Solange es nicht auf mein Dach kracht, ist alles gut. Hatte ich nämlich auch schon gehabt. So. Äh. Wer ist hier unsere beste Bauerin? Ich glaube, Gamble sogar selbst. Konstruktion. Vier. Nein. Acht. Brands. Harry. Ist es Harry? Tatsache. Gut, dann soll Harry jetzt morgen mal das verdammte Bett bauen. Nach dem Frühstück natürlich erst. Oh, sind schon durch. Sehr gut. Gut. So. Ja. Harry. Da ist Harry. Harry geht frühstücken. Nähmaschine ist kaputt. Okay, gut. Kann passieren. Ah, er baut das Bett gerade sowieso. Sehr schön. Wie gut ist es geworden? Ein schäbiges Bett. Na toll gemacht, Harry. Du bist nicht gerade der Beste. Okay. Ähm. Wir bauen weiter. Und zwar brauchen wir jetzt Boden. Beziehungsweise müssen wir hier die Lagerzone erweitern. Zack. Was haben wir hier eigentlich für Boden? Ähm. Marmorplatte. Okay. Das heißt, wir können auch das machen. Möbel. Ne Quatsch. Strukturen. Ne Boden, Boden, Böden, Böden, Böden. Möbel. 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 Halt, stopp. Nein. Abrechen. Was bist du? Du bist doch Kalk, oder? Auch Marmorplatte, ehrlich? Okay. Gut. Dann machen wir so. Und hier ebenfalls. Bader Bogen. Wir können noch Holz. Wie viel Stoff haben wir? Wir haben relativ viel Stoff. Wir könnten mal eben kurz die Teppich. Teppich, Teppich. Haben wir schon Teppiche? Teppich-Eherstellung erforschen. Dann können wir nämlich die Schlafzimmer schön machen. So. Ich war gerade nicht gerade sehr hübsch, aber dafür größer. Und dann haben wir nämlich dann auch irgendwie langsam mal ein bisschen die gute Laune unserer Leute hier gesichert. So, die würde ich gerne um eins verschieben. Okay, jetzt geht's doch einfach nicht. Was ist mit ihr? Warum wird ihr denn nicht mehr fit? Das kann doch nicht sein. Herr Jemine. Ach so. Deswegen kann er nicht laufen. Oh oh. Gut. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, mein großes Problem. Hm. Der Elefant hat eben ein scheiß Bein abgerissen. Ich kriege einen Anfall. Okay. Okay, okay. Ich brauche dringend... Ich brauche... Ich brauche ein Bein. Ich brauche ein Bein. Okay. Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Können wir... Vitalmonitor. Ähm. Verbessert die Behandlungsqualität von Patienten, wenn sie... Blablabla. Ähm. Gut. Wo ist denn hier die... Cyber-Electronik oder... Hä? Ach Gott, Jemine. Uncool. Sehr uncool. Okay, er hat also ein Bein weniger. Wo kriege ich jetzt eine fucking Prothese her? Mist. Uncool. Ähm. So. Hm? Ja. Toll. Okay. Dann können wir jetzt... Könnten wir jetzt da eine Wand bauen? Das machen wir auch. Ähm. Dann machen wir aber noch eine Holzwand. Ich würde gerade mal mit Holz gehen wollen. Weil Holz sehr hübsch ist. So. Und. Was reißen wir? Welche Kolonie? Die falsche Kolonie. Verdammte Scheiße. Das gibt es nicht. Wir müssen da jetzt dringend mal rüber. Dringendst. Okay. Ähm. So. Es wird Zeit. Gut. Kolonie. Äh. Nein. Karavan. Halt. Karavan. Nee. Meine Güte. Okay. Ähm. Gamble. Du, du, du. Okay. Nee. Kann der Fuchs was tragen? Nee, ne? Gut. Gegenstände. Bisschen hiervon. Für die Leute. So. Und mehr müssen wir nicht mitnehmen. Annehmen. Bestätigen. Okay. Okay. So. Gut. Karawane. Geht hier hin. So. Timberwolf-Zahn? Okay. Tödlich. Ah ja, sie hat einen Hund tödlich. Toll. Bewegen sie sich irgendwie gerade gar nicht? Kann das sein? Doch, jetzt bewegen sie sich. Gut. Hm? Ja, schön. Fraktion, die violette Wasserhummer. Hm? Ja, ja, ja. So. Freunde der Sonne. Ihr macht euch quasi direkt wieder auf den Weg zurück. Karawane erstellen. Alle. Auch der Hund. Ähm, mit so viel hiervon wie nur geht. Das ist gar nicht mal so viel. Damn. Okay. Annehmen. Runde ab. Was? Halt, stopp. Halt, stopp. Wollen wir abbrechen? Nee, ne? Mist. Hm, Mist. Ew, was ist das? Ih, nein. Äh. Das ist eklig. Muskelparasiten. Ich geh die Pfui. Habt ihr alles? Okay. Essen habt ihr noch dabei eigentlich? Teppicherstellung und Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Gut, Karawane. Oh Mann, die steht auch echt scheiße. Gut, naja, ich habe fünf Stunden. Ja, waren wir bereit. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, was mache ich jetzt mit ihnen? Ey, oh mein Gott. Also, ich sollte hier... Wer von meinen Leuten hier ist sozial am besten? Reyes? Gut. Reyes? Also, die sind am weitesten entwickelt, was, äh, die Forschung angeht, denke ich mal, ne? Wenn sie einen Bürgermeister haben. Okay, wir gucken mal. Wir kopieren die nochmal und gucken, ob wir denen vielleicht nochmal was schenken können, weil man sagt ja mir, danach wird es günstiger. Also, kann ich nicht. Eines Funkfeuers. Okay, Funkfeuer. Diverses orbitales Funkfeuer. Wie viel kostest du? Stahl und Bauteile. Okay, dann stelle ich es einfach mal hier rein, ne? Klingt doch gut. Sind wieder da. Sehr schön. Und haben sogar ganz viel Eisen mitgebracht. Das passt jetzt gerade sehr gut. Schön. Perfekt. Reyes, du kannst mal das Ding rauen. So, und dann? Tust du das. Okay, 312, 11 Ruf. Zack. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Handelskarawane. Großhändler. Waffenhändler. Piraten. Großhändler. Ein paar Tage eintreffen. Okay. Danke, Freunde. Hey. Gut, wir haben, eigentlich haben wir genug zum Traden. Sollte er irgendwie hinhauen. Hm. Irgendwie. Waffenhändler. Yay. Oh Gott, haben wir nicht zur richtigen Kolonie. Ich hab sie ja hierhin gerufen, eigentlich. Oh oh. Was sind sie denn? Hallo? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hm. Okay. Kann man schon irgendwie auftauchen. Hoffe ich. War ja teuer genug. Oh nein. Der Bürgermeister ist gestorben. Okay. Eri. Erika. Erika ist der neue Bürgermeister. Oh man. So, habt ihr eigentlich genug zu tun? Ich hoffe doch. Verteidigungsanlagen. Wie geht's mal langsam halt damit? Das wäre ganz gut. Hier fehlt immer noch Strom. Das reicht nicht. Doch, es reicht wohl. Es muss nur gebaut werden, ne? Hä? Warte mal. Ja, komisch. Hier muss auch noch gebaut werden. Du wirst auch noch gebaut. Verbindung steht, aber das Turret noch nicht. Okay. Harry, könntest du vielleicht... Nein. Gut. Warum wird das nicht gebaut? Aber hier ist kein Bauplan. Warum? Muss ich jetzt echt da drum herum bauen? Nervensäge. Ach nee, hier ist das erste Kabel, was gebaut wurde. Der Rest wurde noch nicht gebaut. Okay, I see, I see. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kannst du mal dann hier die Stromkabel bauen, bitte? Aber jetzt mal ohne Witz, wo ist mein Waffenhändler? Können wir das mal bitte jemand erklären? Wo ist er hin? Warum ist er nicht da, wo er angekündigt wurde? Ich verstehe es nicht. Hat er sich umentschieden oder so? Ist er auf dem Weg? Auch das nicht. Was bist du eigentlich? Ich habe wirklich keinen Blastenschimmer. Hier ist auch niemand. Wo ist mein fucking Waffenhändler? Ohne Witz. Der war teuer. Mann, ich kann mich schon nicht mal Geld für nichts rausballern. Das geht doch nicht. Ich bin in Not. Mann. Ich hoffe einfach, der kommt noch. Irgendwann. Gibt es hier eigentlich? Warum ist der außer Reichweite? Gibt es eigentlich nicht so einen Lock? Mit Dingen, die passiert sind? Oh, das ist doch scheiße. Toll. Mann. Jetzt muss ich noch mal einen rufen. Das ist auch... Mann. Ach, kacke. Das gibt es echt nicht. Oh, na toll. Was soll's. Ach, ja. Gut. Dann. Scheiße. Große Kacke. Riesengroße Kacke sogar. Mann. Das gibt es doch nicht. Warum? Und warum wird denn hier dieses scheiß Stromkabel nicht gebaut? Das kann man nicht sagen. Mann. Warum baut denn hier niemand? Warum kannst du es nicht bauen? Sehr gut. Geht doch. So, jetzt haben wir unten das Torreds fertig. Dann ist das Torred gleich fertig. Das hier fehlt dann immer noch. Hast du... Kriegst du überhaupt Strom? Ist hier Strom gelegt? Nein. So. Was ist mit der Schlacke? Können wir schlacken? Ent... Entschlacken? Tja, ich glaube inzwischen haben wir auch alles aufgebraucht. Wie sieht es aus mit dem Raumschöpf-Teil? Das habe ich abgebaut. Das war hier, ne? Langsam ist es vorbei. Nun gut. Du warst auch nur Granit. Da will ich nicht reinbauen. Weil ich das langsam mal testen könnte, was in dem Ding hier drin ist. Das ist ja einfach nur ein Raum. Vielleicht. Biber. Nein, nicht schon wieder Biber. Och, komm. Das gibt es doch nicht. Ich hasse Biber. Gut, dann kümmern wir uns nächste Folge um die Biber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.